ja ich bin gerade mal überlegen wie unterteilen wir die denn und wieso ist hier plötzlich nur noch eine einfache tür ja das ist ja haben jetzt geändert weil es so ein scheiße aussieht ja ich würde einfach ärzte und sowas ja erz keine ahnung essen pflanzen oder so was haben wir später immer noch ein bisschen genauer unterteilen so was könnte ich denn noch machen das ist nahrung die ärzte mache ich glaube ich eher hier vorne hin dass wir da schneller dran kommen ach so ja weil ich schreibe da glaube ich einfach rohstoffe hin oder reicht das so ich habe den scharfen mal hier so einen kleinen wasserlauf gemacht dann haben sie im stall auch was zu viel ist zwar zu saufen die schwimmen da zwar eher drin aber naja wo hast du das gemacht hier im stall da links links ach da genau haben sie eine wassertränke genau der eimer zählt zu werkzeug ne ich würde sagen so hinten da dann Wir haben ein Steck Eichenholz, Setzlinge. Was? Ja. Ein Steck ein. Steck. Ja, steck ein. Eigentlich könnte ich einfach hier rumgehen und pflanzen, aber mach jetzt nicht. Warum ist eigentlich im Ort noch in der Ruhe holz so viel Scheiße drin? Ja, weil ich aber noch am Sortieren bin. Achso. Hm, was gibt's denn noch? Was könnte ich denn noch machen? Naja, stimmt. Bei Holz packe ich auch die Sticks rein, ne? Ja, mach. Ja. Was droppen denn Tiere so? Wolle, Leder, Federn? Was gibt's noch? Milch. Tierische Produkte. Ja, aber du sollst ja nicht das Fleisch da reinpacken. Ja, aber, äh, keine Ahnung. Ja, fürs Fleisch müssten wir eigentlich ne Tiefkühltruhe haben, ne? Ne, ich hab da einfach ne Nahrungskiste gemacht. Geht auch. Fleisch. Ich hab jetzt einfach mal Wolle, Leder und Federn hin. So, eine Kiste haben wir noch übrig. Ich bin gerade am überlegen, was da noch reinkommen könnte. Äh, wo soll das Schwarzpulver hin? Äh, jetzt könnte ich mal zu nützliches von bösen Mobs machen. Ja. Und sonstiges ist ne gute Idee. Da kommt dann einfach alles rein, was in den anderen Kisten keinen Platz findet. Ah. Genau. Auch wenn ich eigentlich schon ziemlich viel abgedeckt hab. Ich geh übrigens noch Holz farben. Ne. Mach das. Hohnklumpen. Wir hatten hier draußen abgefarmt. Soll ich das Zuckerrohr unter Nahrung? Ja. Wobei, ne, Zuckerrohr würde ich bei Setzlinge reinmachen. Stimmt. So, ein paar Kühe wären mal nicht verkehrt, ne? Ein paar mehr. Mhm. Oh. 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 Ich lass das mal hier das Weizen wachsen, damit wir... Warum haben die eigentlich hier so einen Wassergraben im Stall? Hm. Die brauchen noch was zu trinken. Du bist ne Tränke, du Arsch. Ach, voll. Die brauchen nix zu trinken. Ah. Ich hab schon wieder nix zu essen. Die wollen nur fressen. Ja. Darf ich mal fragen, woher du immer Knochenmehl hast? Hatte ich gerade gehabt im Winter. So Knochen zumindest so. Oh shit. Irgendwie rein hier. Einfach rein. Nein. Hör zu. Ich vermehre jetzt einfach mal die Kühe. Hä, wohnen die erst gerade? Ja, ja. Ich hab die gerade schon. Achso. Dann mach ich erstmal irgendwie alles hier. Okay, mehr hab ich nicht. So. Alter. Irgendwann müssen wir auch noch an Schlachten rangehen, ne? Ja. Ich würde vorschlagen, Schafe sollten wir mal Schlachten fahren. Was ist das? Also irgendwie... Dieser Riesenbaum hat schon was, ne? was ist das? So. Wo sind ja nicht unsere Kartoffeln immer hin? wir ernten aber irgendwie habe ich immer noch konstant eine kartoffel die sind noch neun kartoffeln willst du noch welche ich habe die gerade hier bei mir ja ich weiß nicht wir könnten die halt irgendwann mal beraten ich berate die jetzt einfach mal so graben haben wir bin jetzt gerade überlegen wir könnten auch anstatt habe ich da nicht nur welche gehabt irgendwann mal anstatt diese erdwelle da hinzubauen könnten wir da auch einfach zäune hinsetzen da kommen die auch nicht drüber ja aber die sollen ja ein stall ich meine ich die schafe und ein stall besteht einer normalerweise nicht komplett aus erde nur mal so ja aber echt keine zäune mehr doch ich habe noch sechs stück sehr gut das würde schon reichen wo bist du denn sollst du nicht mit damit dann nach mir hauen soll sie mir geben ja du kotzt hier immer groß irgendwie wo war denn eigentlich unser mineneingang ach da du meinst den rest davon ja ja bis auf die tür habe ich es ja wieder aufgebaut ich habe zu meinem winter hast du fast der bis auf fucking habe ich alles ist eigentlich einsortiert was will level of fucking was ich habe verstanden im inventar bis zu level of fucking habe ich alles einsortiert ja ja okay wenn man natürlich nur das hört was man hören will mal gewöhnung das können was er hören will klar so bezeugen sieht das nämlich ein bisschen dekorativer aus so wir sollten langsam feierabend machen nick dein stream geht in einer halben stunde ja so ich würde sagen wir sagen wir sammeln uns alle mal im häuschen wie lange haben wir jetzt aufgenommen also jetzt drei stunden irgendwas okay und wir hatten vorhin schon über eine stunde alles klar drei stunden elf das heißt wir haben jetzt ungefähr viereinhalb stunden so ich werde jetzt noch kurz mein zeug los ja hier futter da ich hab schon hab schon so das ist keine nahrung verrautetes fleisch ist mir nicht da geht schon wieder schafe töten ja ja aber nicht alle bitte meint ab nein das meinte schon wieder abhauen zu müssen wie brutal mit der spitzhacke ja das tut doch weh ja ist doch was wir vergessen haben glas oder so dann packe ich das jetzt einfach in die sonstiges truhe ja wir hatten übrigens auch keine workbench die stelle ich jetzt einfach mal hier hin aber ich will endlich dieses blöde zeug hier loswerden im inventar ich hab da so viel scheiße drin so viel scheiße das kommt auch da rein ja doch boah wo haben wir die ganze weiße bolle hier ja von den schafen die du geschlachtet hast ja ja so dann würde ich sagen endet diese session hier und es geht auf jeden fall spannend weiter wir sind noch lange nicht am ende der kreativität angekommen genau das sieht nämlich nur so aus als wäre das der fall genau besonders wenn gerd wieder auf creeper stößt die treppe muss auch sauber gemacht werden ja komisches wasser warum komisches wasser achso meinst du weil das nur auf der linken seite fließt ja das ist linkes wasser rechts fließt afd wasser über die braune treppe ja ja in diesem sinne verabschieden wir uns bis zum nächsten mal tschüss tschüss warum ist denn da jetzt plötzlich dieser eine riesenbaum schon da ja weil der gepflanzt wurde ja das ist ne äußerst gute frage ja das ist aber der dritte baum den ich gepflanzt hab tja machst du nix kannst du machen nichts musst du gucken zu altes sprichwort tja